Ich glaube, Hochschulen können KI am besten dann einsetzen, wenn sie es komplementär zu den Lehrkräften nutzen. Also sprich, nicht immer in mehr Sätzen denken, sondern überlegen, wie kann ich das Vorlesungsformat, so wie wir es kennen, neu denken, mithilfe der Tools, die wir heute zur Verfügung haben. Die Frage, wie KI sinnvoll in der Hochschule eine Bildung eingesetzt werden kann, bewegt uns natürlich im Moment alle. Ich denke, es muss integriert werden. Ich denke, es muss in die jeweiligen Lehrgebiete einfach eingebaut werden. Das ist auch das, was sich unsere Studierenden wünschen, ein integrativer Umgang mit künstlicher Intelligenz, nicht yet another thing. Ich glaube, für uns als Hochschulen ist das eine, dass wir uns mehr mit dem Transferaspekt und mit dem Entwickeln neuen Wissens auseinandersetzen müssen, auch schon in basiswissenschaftlichen Arbeiten und zum anderen, dass wir vielleicht auch ein bisschen kreativer sein müssen, was unsere Prüfungsformen angeht. Was ich aus meiner Sicht noch viel hilfreicher finde, ist der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen. Also hier zum Beispiel auf solche Veranstaltungen gehen, sich inspirieren lassen, wir machen es andere. Ich glaube, es braucht auch ein paar Visionäre und Pioniere, die voranschreiten und die Ideen bringen und Konzepte bringen und das sehr fördern. Also ich glaube, die Hochschullandschaft in Deutschland hat noch einiges an Veränderungen vor sich, was das Thema generative KI angeht. Aber die Lehre wird natürlich und Lernen wird sehr viel digitaler, wird sehr viel individueller, wird sehr viel selbstbestimmter, personalisierter. Also das sind ganz viele Aspekte. Um KI-Innovation hervorzubringen, brauchen Hochschulen in allererster Linie Kapital. Das heißt, wenn sie eigene Modelle bauen wollen oder eigene Entwickler graduieren wollen, brauchen sie Kapital, um sie zu fördern, um Research Labs zu schaffen. Hochschulen haben in der Vergangenheit sehr häufig dazu tendiert, Wissen zu vermitteln, bestehendes Wissen abzufragen. Ich glaube, das gehört der Vergangenheit an und KI leistet dazu einen wesentlichen Beitrag.